Alle lieben Zocker und Zockerinnen zu einem weiteren Gameplay von Assassin's Creed Origins. Besser gesagt, eigentlich ist das heute eher eine Mission, die wir wieder mal rannehmen. Ja, wie soll ich sagen? Ich starte mal ganz einfach und zwar, ich habe angefangen... Erstmal war es am helllichten Tag. Sprich, wir werden uns jetzt um die Mission, ein Geschenk der Götter, da oben links steht es, kümmern. Diese Mission hat bei mir so angefangen und zwar, ich bin hier in der Gegend Nomos Saqqara, direkt rechts am Rand sozusagen, wo hier das große Gewässer lang geht. Ähm, ich gehe mal ein bisschen langsamer rauf, dann seht ihr das. Hier ist diese große Pyramide, das sagt die zwei normalen, eckigen Pyramiden, wie man sie kennt. Und hier ist so eine kleine Stufenpyramide. Und ich stand, ich glaube, das war genau hier, das kann aber auch sein, dass ich vielleicht ein Stück hier weiter links oder rechts stand. Auf jeden Fall wurde hier ein, ähm, ein türkises, grünes Ausrufezeichen angezeigt. Und ich bin dort hingegangen, weil ich eben dachte, das wäre so eine Mission, wie da irgendjemanden rächen, der in meiner Freundesliste ist oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich diesen Ort erreicht und auf einmal, ähm, ja, wie gesagt, dann gucken wir mal. Auf einmal kam... So, also, auf einmal, wie ich denn hier stand und dieses, diesen Ort erreicht habe, kam dort hinten, wo jetzt das Zeichen ist, ein Meteorit runter. Das sah auch wirklich optisch aus und, wie gesagt, dann, äh, stand als Ziel, gehe zum Meteoriten, erkunde die Gegend und das machen wir jetzt auf jeden Fall. So, besser gesagt, sage ich euch natürlich jetzt, wie diese Mission weiterging, sprich, ich bin dann hierher geritten, zu diesem Ort, wo eben der Einschlag, Einschlag anscheinend stattfand. Und das war genau hier. So, hier ist man denn sozusagen zu diesem Stein gekommen und hat gesehen, dass dieses Loch dort freigeschlagen wurde. Man kann eben hier interagieren, kurz sich den Stein angucken, dort steht einfach nur ein großer blau leuchtender Stein, der vom Himmel auf die Erde gefallen ist. Ähm, ja, das ist sozusagen die Erklärung und man muss eben dann hier einmal rein und erstmal forschen. Die Fackel braucht man jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall kommt man denn hier auf diese Sonnenuhr. Diese Sonnenuhr, also sprich, dieses Zeichen an der Wand und dort unten dieses X5, sprich 15 eigentlich ja, weil es hier direkt nebeneinander steht. Ähm, und er sagt ja schon selber, die Zahl ist wichtig, also ist diese Zahl wohl wirklich wichtig. Sollte man sich merken, 15. Ähm, ja, denn ist da dieser Obelisk abgebildet mit dieser Sonnenuhr und wenn man hier dran war, wird einem eben oben ein neues Ziel angezeigt. Löse das Sonnenuhr-Rätsel. Ähm, so, dieses Sonnenuhr-Rätsel, ja, muss man erstmal wirklich in dem Sinne verstehen. Sprich, sprich, man muss eben erstens zur richtigen Zeit hierher kommen und man muss eben noch ein paar Sachen abschließen. Besser gesagt, eben dieses kleine Rätsel lösen, was wir jetzt einfach mal schnell probieren. Ich hab schon selber hier mal ein bisschen probiert und hab dadurch auch was rausgefunden. Und wir gucken mal, ob wir damit jetzt das Rätsel komplett lösen können. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert, ob das eine 5-Minuten-Sache ist. Auf jeden Fall, ihr seht jetzt, ähm, hier werden jetzt, sind jetzt drei Teile runtergekommen. Und, ähm, ja, das kann, die kommen nur runter, wenn man ganz am Anfang meditiert und gerade vom Abend in den Morgen reingeht. Sprich, wenn die Sonne aufgeht. So, jetzt haben wir hier Pfeile. Ich werde jetzt mal probieren. Das hab ich nämlich noch nicht probiert. Ich hab auf jeden Fall gemerkt, dass etwas passiert, wenn man mit Feuerfeilen draufschießt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt Feuerfeile sein müssen. Oder ob das auch normale Feile sein können. Und deswegen werde ich mal jetzt einfach einen normalen Pfeil nehmen, der kein Feuer hat, um euch zu zeigen, ob ihr jetzt einen Feuerfeil braucht oder nicht. Wir nehmen jetzt mal einfach diesen Pfeil. Und so, da sind fünf Balken abgebildet. Und dort drei und dort ist nur ein Balken abgebildet. Wir schießen jetzt mal... Jetzt habe ich schon wieder Feuerfeile. Ist natürlich jetzt gerade blöd gelaufen. Wir schießen auf jetzt, ähm, diese drei Balken fünfmal. Das ergibt dann die Zahl 15. Und dann werden wir mal gucken, was passiert. Ähm, so... Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Pfeil, der nicht brennt. Und jetzt probieren wir mal einfach. So, ihr seht, wenn man zu lange braucht, das wollte ich jetzt auch mal zeigen, wenn man zu lange braucht, gehen diese, äh, Uhr-Scheiben einfach wieder hoch und ihr habt keine Chance mehr, sie abzuschießen. Das heißt, wie gesagt, es dreht sich hier wirklich in einem Abspann von ein, zwei Minuten, dass ihr das erledigen müsst. Und ja, das machen wir jetzt. Wie gesagt, wir probieren einmal ohne Feuerfeile und wenn das nicht klappt, nehmen wir Feuerfeile. So, hier sind drei Teile. Drei... Sechs... Neun... Zwölf... Fünfzehn. So. Und schon passiert etwas. Mal sehen, ob wir damit... Anstatt haben wir damit das Lötzige, äh, das Rötzige löst. Ähm, aber dazu wollte ich jetzt mal sagen, also ihr habt gesehen, man braucht keine Feuerfeile, man braucht einfach nur Feile und je nachdem, was man eben auswählt, wenn man diesen rechten Obelisken mit den fünf, äh, mit den fünf Zahlen nimmt, dann muss man eben nur dreimal raufschießen, dann hat man dreimal raufschießen, wenn man den mit dem einen nur nimmt, muss man natürlich fünfzehnmal raufschießen und wenn man den nimmt, den ich genommen habe, muss man fünfmal raufschießen, dreimal fünf ergibt fünfzehn, sprich, wie gesagt, die Zahl ist die wichtige. Ähm, das haben wir jetzt auch jedenfalls gelöst. Das ist jetzt auch ziemlich dunkel hier geworden, auf einmal. Und, ja, erreiche das Grab unter dem Medium Pyramide, unter der Maidum Pyramide. Medium wird ja anders geschrieben, würde ich behaupten. So, okay, jetzt ist hier auf jeden Fall etwas passiert. Die Lichter sind blau, alleine das sieht schon sehr optisch aus. Und jetzt bin ich mal gespannt. Okay, ich kann nicht mehr rennen, das heißt, wir sind sozusagen ein Hype in der Sequenz drin. Oh, ihr Torwächter, die ihr die Porten bewacht, die ihr Seelen fresst und auch die Körper der Toten verschlingt. Welch Reise liegt hinter mir? Was habe ich alles gesehen? Ich bin nur einer von euch. Okay. Das ist ja doch schon leicht optisch gerade. Davon werden wir auch gleich mal ein Foto machen. Na, er speichert noch. Was ist das? Sieht auf jeden Fall wie eine Person oder so aus. So, okay, werden wir mal gucken. Untersuchend, machen wir. Okay, er hat Angst. Ja, hätte ich auch, wenn ich da wäre. Okay, kommt jetzt ein Endgegner oder so? Nee, hä? Okay, das sieht ja doch schon jetzt gerade optisch aus alles. Und das sieht mir irgendwie noch feine Fantasy aus oder so. Definitiv feine Fantasy. Was ist denn das jetzt? Okay, optisch. So. Okay. Er ist weg. Und das Schwert sieht auch nach feine Fantasy aus. Okay, so ein Schild kenne ich nicht von Feine Fantasy, aber das Schwert sieht ja extrem nach Feine Fantasy aus. Reittier. Seidelt, Schild und einfaches Schwert. Was habe ich denn da für ein Reittier jetzt bekommen? Also das werden wir natürlich jetzt nochmal schnell ausprobieren, was ich hier bekommen habe. Das sah ja alles optisch aus, aber dazu werde ich mal hier wieder ans Tageslicht gehen erstmal. So, okay. Die Mission haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. War jetzt auf jeden Fall nicht so schwer. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass wir irgendwas krasses machen müssen. Ey, ein Schokobo. Das ist wirklich Feine Fantasy. Was ist denn hier? Das ist ja cool. Okay, sowas macht Spaß. So eine, so eine, so eine Bonis sozusagen. Legendäres, einfache Schwert. Ultima Klinge. Das ist auch definitiv ein Feine Fantasy Schwert. Das sieht ja so aus, wie das Schwert, was man bei Feine Fantasy X immer hat. Die sagen, oh, wie heißt er nochmal, habe ich schon so lange jetzt nicht mehr gezockt. Und ein Shade, was jetzt auch ziemlich futuristic aussieht im Vergleich zu den anderen. Sachen. Ich weiß noch nicht, was dieses Zeichen da oben rechts bedeutet, aber wir werden auf jeden Fall jetzt mal unser Schild und unser Schwert und vor allem ein Schokobo ausprobieren. Das ist ja mal was ganz krasses. Also das ist kein direktes Schokobo, aber ein Kameel, was einen Schokobo-Style hat. Es hat einen Schnabel, es hat Federn. Bloß es hat vier Beine. Nicht wie in Feine Fantasy, aber okay. Das ist ja cool. Das haben sie cool gemacht. Definitiv. Äh, jetzt müssen wir mal ein paar Gegner finden. Ich will ja mal mein Schwert ausprobieren. Ähm. Wir reiten mal einfach. Wir gucken mal. Irgendwo muss ja hier irgendwas sein. Da 300 Meter. Da ist irgendwas. Vielleicht. Wenn ich Glück habe, ein paar Gegner. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt sowas wie ein Schokobo. Oh, da ist Action. Was ist da los? Okay. Auf jeden Fall sehr schnell. Auf jeden Fall ein gutes Schwert. Was soll ich sagen? Ich muss ja gar nichts wirklich machen. Der hat die ja ganz einfach platt gemacht. Und jetzt um hier mal wirklich zu zeigen. Hier sind die normalen Kamele und hier ist mein Schokobo-Kamele. Wovon ich auch gleich ein Foto mal mache, um das eindeutend zu zeigen. Was auf sie hier zukommt oder was auf sie wartet. Ja, das war eigentlich so ziemlich auch schon das Video. Ich habe ja die Mission abgeschlossen. Ich hätte jetzt gedacht, das dauert vielleicht ein bisschen länger. Aber ich habe euch auf jeden Fall gezeigt, was auf euch wartet, wenn ihr diese Mission abschließt. Das Schwert ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall Hammer. Ihr seht allein schon, wie das leuchtet. Ich kann ja noch mal ganz schnell gucken, was da genau steht. Und zwar Gesundheit für kritische Treffer, Adrenalin, Regeneration und kritische Trefferchance. Es hat Stufe 37, weil ich ja auch Stufe 37 bin. Ist ja klar. Ja, und das Reittier ist auch ein legendäres Reittier, legendäres Schwert, was man bekommt und ein legendäres Schwert, äh, Sched. Also wirklich eine gute Sache. Kann ich nur empfehlen, euch ein dieser Mission abzuschließen. Und ja, sozusagen, einen kleinen, feinen Fantasy-Bonus hier in dieses Spiel reinzubringen. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich euch gezeigt habe. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Wenn es euch geholfen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da oder auch in den Kommentaren irgendwas. Auch wenn ihr was blöd fandet, könnt ihr natürlich auch gerne schreiben. Ähm, ja, wie gesagt, viel Spaß beim Zocken von Assassin's Creed Origins und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.